Matthias Reim und Christine Stark, Probleme wegen 32 Jahren Altersunterschied Matthias Reim und Christine Stark, ihre Liebe, krönten sie mit Töchterchen Zoe, 1. Dabei gab es lange große Vorbehalte, der Altersunterschied von fast 32 Jahren. Das hatte sogar Auswirkungen auf ihre Karriere, wie Stark jetzt erzählt. Matthias Reim und Christine Stark, ihre Liebe, krönten sie mit Töchterchen Zoe, 2. Dabei gab es lange große Vorbehalte, der Altersunterschied von fast 32 Jahren. Das hatte sogar Auswirkungen auf ihre Karriere, wie Stark jetzt erzählt. Matthias Reim angeblich Karrieresprungbrett für Christine Stark Im SWR-Dugschlager-Treff sprach Christine Stark offen über die Konsequenzen, die sie durch ihre Beziehung mit Matthias Reim erfahren musste. R, 66, sie, 35, ein Altersunterschied mit Folgen. Vor knapp elf Jahren lernten sich Christine Stark und Matthias Reim kennen. Obwohl der verdammt, ich lieb dich Interpret zu der Zeit noch mit seiner Ex-Frau zusammen war, verliebten sich die beiden Musiker ineinander. 2020 die Hochzeit, zwei Jahre später kam Tochter Zoe zur Welt. Weitere Kinder nicht ausgeschlossen, wie Matthias Reim und Christine Stark öffentlich machten. Allerdings, so Stark, hätten sie und ihr Matthias viel Kritik einstecken müssen, als ihre Beziehung bekannt wurde. Sie sei oft beschuldigt worden, die Beziehung als Karrieresprungbrett zu nutzen. Christine Stark Die damals 23-jährige Christine hatte eine schwierige Zeit zu bewältigen. Sie habe nicht verstehen können, warum sie für eine Beziehung, die sich so gut anfühlte, bestraft und verurteilt werde. Reim und Stark hatten sich während einer Zusammenarbeit kennengelernt. Niemand hatte damals erwartet, dass sie sich ineinander verlieben würden, auch sie selbst nicht. Christine Stark Liebe passiert dir. Das kannst du nicht planen, das kannst du nicht voraussehen, sie kommt und geht, wann sie will oder auch nicht und genauso ist uns das auch passiert. Dass das alles so ein bisschen Nachwehen hatten, da haben wir nicht drüber nachgedacht, tun wir auch heute noch nicht. Trotz des Altersunterschiedes, und obwohl es zwischen Matthias Reim und ihr manchmal auch kracht, mache sie sich heute keine Sorgen um ihre gemeinsame Zukunft. Matthias hat eine verdammt junge Seele und es kommt immer darauf an, wie man die Zeit miteinander verbringt und ich denke auch nicht darüber nach, was morgen ist, sondern was ist hier und jetzt. Bis zum nächsten Mal.